Ich glaub's doch irgendwie nicht, aber... Ek... Elo... El Chapo... El Elo Eemplos... Eieiei... El Superior! Ja, ich glaube auch, dass das einfach nur ein Tastatour-Rage war. Ek... Met... Tello Es... Probieren wir's, Plattrix, probieren wir's! Ek... Met... Tello Es... What?! Woher... Woher?! Ek... Me... Ich geb's mal ein, Ek... Gibt das einen Sinn oder so? Ek... Met... Tello Es... Das erste, was bei Google kommt, ist Kundenumfrage, Getränke, Met oder Honigbier? Das war geraten! Sehr gut, Plattrix! Sehr schön! Very thank you! Sehr beeindruckend! Ihr habt mich wirklich gefunden! Als Belohnung werde ich euch neue Outfits geben! What?! Danke! Glaube ich! Oh! Received a whole bunch of new Outfits! Oh Baby! Weh! Ich hoffe es sind ein paar Bikinis dabei, man! Ein paar Pixel-Bikinis! Äh, okay! 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 Das, ähm... Beantwortet aber immer noch nicht... Meine Frage, wo Ultima sein soll. Geht's hier noch irgendwo runter? Na ja, es sind Pixel-Bikinis, das stimmt schon, aber man muss einfach seiner... Fantasie freien Lauf lassen, you know? Okay, anscheinend gibt's hier keinen weiteren Weg. Äh, die Frage ist, wo zur Hölle ist Ultima? What the fuck is she? Hab ich irgendwas übersehen? Bikini ist Bikini! So sieht's aus, tau! Weil irgendwie... Hm... Ich würde schon gerne heute eigentlich noch Ultima klatschen, wenn's geht! Zumindest versuchen! Gibt's hier vielleicht irgendwo einen Geheimweg? Pixel Samus ist auch sexy, siehst du? Oh ja, und wie sie das ist! Ich hab mir auch mal überlegt, ob wir irgendwie... Ob ich mal so einen Metroid-Hack oder so spielen soll. Ich mein, Metroid ist ja auch ziemlich... Nice! Okay, äh, irgendwie... Gibt es hier nix für mich. Die Frage ist, hab ich irgendwo einen Weg übersehen oder what? Gehen wir nochmal zurück, würde ich sagen. Gucken wir mal. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles gewesen ist da oben. Hm! Interesting! Randomizer. Ja, ist auch ne Idee. Oder den Zelda-Randomizer wäre auch nicht schlecht. Where the fuck is... Wo... Muss ich hin? Ich hab doch irgendwas übersehen, oder? Nope! Hm... Hm... Wahrscheinlich laufe ich jetzt den ganzen Weg umsonst zurück, weil da unten tatsächlich noch irgendwo was war, aber... You know? You never know! Was? Metroid und Zelda in einem? What? Really? Okay. Hört sich spannend an. Kaiser Mario auch noch mit dabei, oder? Wo zur Hölle muss ich hin, man? Hm. Hier waren wir ja schon überall. Hier waren wir ja schon überall. Okay. Ich glaub, das werde ich mir mal... Zu Gemüte führen. Okay, gehen wir mal Eureka... Verlassen wir Eureka mal wieder. Aber vielleicht... Was war das nochmal? Change-Party-Members. No. Vielleicht gibt es hier noch irgend... Hier gab's doch noch einen Weg, da hinten! Da konnten wir doch noch hin, aber wie komm ich denn da hin, bitte? Ha! Vielleicht auch ein Geheimgang? Ich mein, irgendwie muss man da... Ah! You know? Soma-Drop! Nice! Es geht also doch noch weiter. Sehr schön. Hm. Hier oben ist noch eine Kiste. Kotsushuya! Ja, kennen wir schon. So, da gehen wir gleich rein. Elixir. Nice! Nice! Eine Phoenix Daune. Wuhu! Wonderful! Total nützlich und so. Okay, das sieht alles nicht sehr gesund aus hier drin. Was haben wir hier schönes? Megalixir! Nice! I thank the gods! Ist irgendwas verstecktes? Nope! Hm. Wahrscheinlich ist da oben noch irgendwo eine Kiste versteckt. Ja! Nochmal ein Megalixir! Jetzt wollen sie es aber wissen, die Leute! Oh! 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 Okay! So sei es! Oh! 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 Was haben wir hier schönes? Feather Boots. Wow. Der Dinger braucht doch kein Schwein mehr, ehrlich. Aha. Ja, du musst mir den Link auch per Mail, äh, per irgendwas anderes schicken, weil es wird nicht angezeigt hier. Das sieht alles so weird aus hier. Reincarnation, nice. Dragoon Boots, I take it. Kann ich hier runter? Nö. Okay. Was ist das für ein Weg, Alter? Okay, jetzt sind wir auf der Seite. Ah ja, understand. Gehen wir mal nach da. Reflect Ring war wonderful. So, jetzt haben wir hier ein Kristall. Das wird wahrscheinlich irgendein Boss sein, you know? Let's look. Ich bin... Oh nein, die Viecher gibt's auch noch. Skarmiglione, oder wie man den Typen ausspricht. Jetzt kommen die vier Fiends, Alter, aus Final Fantasy IV. Wonderful. Und der Typ haut erstmal eiskalt und zum Dagger raus, Alter. Fuck you. So laut? What? Okay. Ähm, Q, hey, stay up, please. Wir machen mal ganz entspannt. Pupu. Äh, you know, Ultima. Mein Typ hat ja eh zwei Formen, also von dem her. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ich hätte das eigentlich schon gern beendet heute, diesen Dungeon, aber das wird, glaube ich, echt... Das wird nichts mehr heute. Ich kann jetzt wieder nächste Woche streamen, das nervt mich ein bisschen. Ich bin nämlich gerade so schön in Form. Aber es ist halb eins schon. Juno? Ah, come on. Ah. Er macht Zombie. Hm. Du gibst ihm mal bitte ein Holy Water. Dann werden wir Kyuraga casten. Wow. Okay, zum Glück ist Tao, ähm, you know. Ja, Tao, du hast vollkommen recht, Mann. Eher schlafen, Alter. Du kannst schlafen, wenn du tot bist, Juni. Ganz viel. Okay, wir haben einen Bushido ins Gesicht. Nuno 26. Mhm. Nee. Go, Baby. Form 1 ist zerstört, Mann. Kyuraga, please. Backattack? Come on! Meine wahre Stärke. Ja, du kannst ja per Discord schicken, das stimmt, ja. Ich muss mich allerdings erst anmelden. Ich... Ich hab... Ja. Kannst du machen. Okay, 18.000, das ist nice. Bio, fuck you. Poison Mist? Nee. Spüre die Macht des Samurai. Oh, Baby, Alter. Was für ein Schaden, Mann. He's dead. Okay, ich meine, er ist ja der Schwächste von allen. Also von dem her... Very good, Alter. Earth Graves. Ihr dürft passieren. Nice. Was, du wirst gekillt, wenn du schlafen gehst. Das ist nicht gut. This is not good. Oh, mein Gott. Okay, ähm... Wir schauen mal, wohin uns dieser Stein in den Weg führen wird. Gleich schon zum nächsten, wie es aussieht. Genau, ein gelber Schein. So ist es. Man muss ja jetzt auch aktuell ja, glaube ich, gar nicht mehr zum Arzt. Also man kann das ja auch alles... Upsala. Alles online sich krankschreiben lassen. Yuna! Außerdem ist morgen Freitag. Scheißegal, ob man ausgeschlafen ist oder nicht, Mann. Okay, der nächste ist wahrscheinlich Barbarizia. Ach, ne, Cognazzo kam als Zweiter. Okay. Cognazzo. Du machst Pupu. Mir egal, Alter. Ich mach grad Haste, du Vogel. Dann werden wir mal... Warum kann... Ich vergesse immer, dass ich Dinger, dass ich keine Beschwörung machen kann, wenn ich Ex-Magic hab. Okay. So sieht's aus, Tau. Man muss es aussuchen, dass der Stream heute so gut läuft, ja? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ultimo. One. Mute. Fuck you. Okay. Keine Ahnung, Alter. Mach mal, Meteor. Bushido. Ich weiß nicht nur, ob ich mich überhaupt heilen muss in dem Kampfe. Der Typ ist... ...nicht so stark. Ah, Mog ist gemutet. Oh mein Gott. Immer gut. Hätte ich Strago jetzt dabei, hätte ich wahrscheinlich El Nino gelernt. Ähm... Ultima. Ja, da gebe ich dir recht, Tau. That's right. Das Ding ist halt, ich kann halt nicht früher streamen wegen der Arbeit. Das ist halt die... Ja, man geht ja arbeiten, ne? Deswegen... Geht's halt leider nur so spät. Alter, dein Cura kannst du dir in deinen Arsch schieben, halt. Okay, wie war das denn jetzt? Wenn er sich mit Wasser umgibt, kann man ihn, glaube ich, nicht angreifen. Ha, wir probieren's trotzdem mal. Beziehungsweise er kontert mit Tidal Wave, ne? Oh mein Gott, Alter. Holy! Zum Glück haben Ren und Tau dieses Element scheißdrehe ausgerüstet. Mog ist schon wieder tot, Mann. Mog ist der neue Strago. Ich hab Mog nur irgendein scheiß Null Encounter-Rate dabei. Ansonsten wäre mir der Typ völlig Latte, Mann. Ähm... Ja, wir machen einmal Ultima. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Aber das ist ein Spezial-Case, mein Freund. Das ist ein Spezial-Case. Heute haben wir eine... Extraordinäre Bonus-Dungeon zu machen. What? 32.000 Schaden? Ein Fisch im Arsch, oder was? Fuck you! Holy Crap! Okay, ich mach euch einen Vorschlag, Leute. Wir streamen jetzt noch bis um eins. Und dann ist gut. Okay? Halbes, halbes Stimm hier noch. Das ist gut. Puh. Vor allem, wenn es ein Schwertfisch ist. Wir haben irgendwas Wasseriges bekommen. Ich hab keine Ahnung, was wir bekommen haben. Ich denke nicht, dass es irgendwas Sinnvolles ist, aber egal. Was sind das für Dinge? Alert. Auto-Protect. Okay. Ah, Watercuffs. Counter- und Auto-Shell. Weck. Weck. Okay, es geht weiter. Aha, aha. Yeah. Ja. Ich würde schon ein bisschen interessieren, was hier für Gegner rumfläuchen. Aber irgendwie auch wieder nicht. Gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das. Okay, anscheinend gibt es hier nichts außer diesem Kampf hier. Oh, 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 oh. Ihr habt es geschafft! Barbaricia! Brauche ich jetzt auch Cain? Um mir einen Wirbelwind aufzuhalten? She is hot as fuck! Erstmal aufs Maul geraten, man! Ex-Magic! Äh, Ultima, you know! Was auch sonst, Pupu! Golem! Und Hashtager! Ich weiß, die Taktik ist immer die gleiche, aber es funktioniert! Temptation? Come on! So chill! Alter, Mock kann gar nix der Typ! Ist schon wieder gleich down! Wow! Wow! Natürlich hat die wieder so eine Hurenfähigkeit, Alter! Natürlich kommt jetzt wieder Frozen! und Tornado! Oh mein Gott! What?! Äh... Ah... Holy! Du machst mal Er... Nein, nicht Erase! Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier? Ich muss heilen! Juraga, please! Soll das heißen, sonst schlage ich euch wieder! Hallo! Ähm... Oh Gott sei Dank hat sie verfehlt, Mann! Mach mal Golem bitte nochmal! Genau, sonst verhaue ich euch! Wow! Seid so nett zu mir! Die Alte ist hart, Mann! Weil sie schon wieder ihren scheiß Frozen Dreck raushaut hier! Mock, come on! Kannst du Feuer? Hallo! Was kannst du überhaupt, Mann? Ach du meine Güte! Äh... Pupu again? Ich kann Bahamut nicht beschwören! Ich hab ihn falsch ausgerüstet gerade im Moment! Sorry! Ich hab ihn Ren gegeben! Ah komm, mach mal Ding, Alter! Final Cleave bitte! Ich verspreche es euch, wir werden im nächsten Kampf Bahamut! Ihr müsst mich gleich daran erinnern, dass ich ihn aus dem Kampf, äh... Dass ich ihn umrüste! Tau, gib alles! Oh ja, Baby! Oh, Baby! Yeah! Wow! Du machst mal Cura... Du machst jetzt bitte mal Feuer auf, äh, hier... Wren, bitte! Oh oh! Was heißt dieser Tornado jetzt für mich? Wir werden sehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What?! Ah, Golem ist nicht mehr aktiv! Fuck! Ultima, come on! Oh mein Gott! Du machst bitte einen Reinkarnate auf... You know... Tau, dass er Golem beschwören kann! Oh mein Gott! Perfekter Zeitpunkt, ey! Okay... Es wird Windy! Ultima! Wetten, es macht jetzt Null Schaden... Okay, aber die Hälfte... Hm... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Seraph, please! Ex-Magic! Ultima! Fuck you! Und ich denke, wir werden jetzt in die vollen gehen... Ich glaube, sie hält nicht mehr viel los! Why?! Du Schlampe! Why?! Bist du tot?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ahhhh... Ich muss unbedingt alter Golem beschwören, Mann! Oh ja, Tricks! Ähm... Golem, Alter! Und dann machen wir mal... Ich denke, wir machen mal Meteor Double... Double Meteor! Sehr viel Rot! Du, 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 du! Du machst auch mal Meteor, komm! Komm rein! Wow! Fingertipp trifft trotzdem! Auch ohne Meteor, auch ohne Ding mit Golem! What?! Sind wir am Arsch, oder was?! Du alte Schabracke, du Elende! Wow! Das war... Phänomenal! Wir machen jetzt ein Whisky, Alter! Temptation Island, Alter! Oh mein Gott! Nein! Nein! Das hat er noch getroffen! Das hat er noch getroffen! Oh mein Gott! Das hat er noch getroffen! Das hat er noch getroffen! Ah, Gottes Willen. Ach du meine Fresse. Das war's. Tiger Slash! Natürlich auf Realm, du Homo, Alter. Natürlich. What the fuck? Kommt die mal auch irgendwann wieder raus aus ihr vom Wollmannscher, Alter? Ja, Reflektor, ja sicherlich. Ja, sicherlich. Das wär jetzt super episch, man, wenn... Ah, okay. Oh mein Gott, what? Okay. Okay. Ah, ich hab mitten im Dialog gespeichert, die Vogel, alle. Ja, Fingertipp ist echt auf'n Arsch, man. Das Ding ist, ich kann's nicht abwehren. Ah, okay. Machen wir nochmal Pupu. Du machst jetzt nochmal Ex-Magic, please. Wir machen trotz allem Golem. Yeah, aber ich hab jetzt wieder mal im falschen Moment gespeichert. Nämlich mitten im Dialog. Ich bin so ein Fisch manchmal, ehrlich. Aber ein Fisch, der weit gekommen ist. Ja, oder? Barbarizia, du Nutte, Alter. Jetzt wär Mighty Guard glaub ich nicht schlecht. Wow, what the... Alter, hätt ich keine Safestates, Junge, ich würde... Ich würde ausflippen. Ich hätte... Da müsste ich ja alles nochmal neu machen, Mann. Näh, 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 näh. Es gab keinen einzigen Speicherpunkt bis jetzt. Näh, Ren hat, äh, X-Magic. Oh mein Gott. Okay, du machst jetzt, äh, Qura. Du machst Q-Raga. Du machst Bushido. Okay, er macht gar nichts. Ah, die Golem hat's abgewählt, super. Wenn du der Fisch bist, sind wir den Fisch öfters? Ja, dann hab ich einen Fisch-Fisch im Arsch. Genau. Ja, wir werden trotzdem Mocken wiederbeleben. Einfach als vierten Mann. Als vierten Mock. Oh mein Gott, Alter. Der Typ macht an, die 30.000 Schaden bei der, Mann. Wie kann die alte noch stehen? Dankeschön. Mega well-wind. Und, äh, Ren wehrt's gleich mal von vornherein ab. Was ziemlich nice ist. Nur Mock mal wieder nicht. Mach nochmal Pupu, komm. Äh, Qura. Habe ich Hestega schon auf mich gecastet? Ich glaube nicht. Hestega und, äh, 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 äh. Ultima? Und Bushido. Oh, 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 oh. Äh. Okay. du hast so recht du hast so recht mal wieder ich wünschte ich hätte es in weiser voraussicht anders getan aber entschuldigung ich dachte die alte wird wieder so eine lutschpuppe wie die anderen davor auch alter fingertipp fingertipp des todes mann ja aber ich kann jetzt nicht feststellen dass sie irgendwie jetzt speziellerweise kontert während sie in ihrem wirbel ist deswegen greife ich an weil sie greift mich sowieso an egal was ich mache ich glaube wir werden jetzt eher auf die defensive vielleicht trotz allemal gehen gucken wir einfach mal ob es was bringt wenn ich mich ein bisschen auf kutsche station beginn okay so du musst kann ich sie sketchen so was ist gerade war war was ist er freest oh come on Was ist denn jetzt passiert, Alter? Vielfach Jump? Okay. Ah, fuck it, Alter. Ultima ins Gesicht. Komm, komm schon. Gesundheit. What the hell? Das war gar nicht so verkehrt gerade, der Jump, Alter. Megamäßig Schaden gemacht. Und ich hab ihren Scheißdreck durchbrochen. Ja, ist ja wie im Originalspiel, ne? Also, wie in 4, you know? Come on, Alter, stirb endlich. Come on! Come on! Oh mein Gott. Passiert jetzt das Gleiche? Nein, natürlich nicht. Wishing Star! Das war jetzt gar nicht so verkehrt mit dem Malen. Wow! 18.000 Schaden aufgehalten. Wow, der ist zu Stein? Really? Sketch die nochmal, bitte. Okay, äh, Fire auf ihn hier und... Esuna auf ihn. Miss! Natürlich! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, come on! Mann! What? Really? Ich hätte ihn als Stein-Statue lassen sollen, ne? Okay, ich muss unbedingt Ding benutzen, Alter. Wie heißt sie? Seraph. Oh, ich hätte Mock... Ja, komm, Alter. Was Fingertipp du da noch versteinern? Wundervoll. Da ist er wieder, Alter. Der Final Fantasy VI Bullshit, Alter. Final Cleave! Come in! Aber lieber ist Mock gecharmed als er, Alter. Die steht immer noch, die Alte. Ja, mach das. Mach das, Alter. Kuraga. Du machst nochmal Final Cleave. Ah, wait. Nein, nein, nein. Du machst Golem. Und wir machen Double Ultima nochmal. Oh mein Gott, ey. Das Ding ist kein Spaß, Alter. Der Alte ist nerviger als meine Ex. Oh ja. Ja, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Ich kann es nicht beurteilen. Nein, nein. Ach, Gott sei Dank. Puh. Manchmal braucht man auch Glück im Leben. Wir sketchen sie nochmal. Und machen nochmal Bushido. Ja, das kann gut sein. Yes, she's dead! Oh mein Gott, Alter. Wind Korsage erlernt. Puh. Dann bleibt jetzt nur noch eine Sp... Wola wola wola. Kacke übrig. Kacke. Ne, wie heißt der Typ Rubikant? Rubikante, ey. Oh mein Gott. Ja, Bahamut. Machen wir gleich. Ähm. Was kann denn diese Wind Korsage, oder wie das Ding heißt? Kann das überhaupt jemand tragen von euch? Hm. So, Bahamut. Tun wir gleich mal umrüsten. Du bekommst jetzt mal... Ja, lern mal Aschura weiter. Puhpuh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Puhpuh irgendwas großartig bringt, wenn ich ehrlich bin. Wir werden nie mal Bahamut ausrüsten. Weil Golem ist... Unabdingbar. War Swiffer. Mit einem Wisch ist alles weg. So, Wind Korsage. Wo ist es denn, Mann? Äh, fuck it. F*** it. Es geht weiter. Oh, es gibt wieder Kisten zum Abgreifen. Nice. Oh, es wird mystisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Relic. Woher weißt du das? Do you know this? Ähm. Wind Korsage. Aim und Auto Haste. Okay. Ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber... Im Moment eher... Nice. Thank you, Trix. Thank you. Okay. Hm. You know what? Let's go. Hoho. Ihr seid so weit in Ultimas verbotenes Land eingedrungen. Blalalalalalalala. Ruby Cante of Fire. Okay. Der Typ ist nice, der... Das er uns vorab noch heilt. Okay, ich hab keine Ahnung nochmal, wie dieser Kampf funktioniert. Äh, wir machen auf jeden Fall das. Dann machen wir Bahamut. Der haut gleich mal ein Flair raus, Alter. Wow. Und gleich nochmal. Come on. Cureaga. Wow. Boahamut, come on. ok ich muss zu mock seiner verteidigung sagen er hat überhaupt keine gute magie deswegen machte ja ok 5000 schaden jährlich war gut haben sie gesagt und was habe ich bekommen was habe ich bekommen immer holt die mainz gesicht so ich kann es leer mittlerweile weiß bekannte der tipp wird mich jetzt auch wieder aufregen tommy grey ist er unverwundbar während er in seinem mantel ist ich weiß es nicht mehr alter ok ok nice guck mal was ultimanschaden raushaut auch nur 9000 mok ist blind ok wir machen mal bushido sketschen wir ihn mal dann werden wir jetzt mal morfen wow eine wasserpistole das wäre jetzt echt gut sogar south on cross macht keinen schaden bei uns mann ok ultimans gesicht come on tau come on was der typ kann auch so einen scheiß mit dem daumen alter willst du mich verarschen junge gucken was Ultima jetzt an schaden macht etwas mehr immerhin 18.000 etwa thumping blöck gröss mer m was könnte ich denn bei mir noch machen alter meteor schwingungen nochmal aber nein Golem. Naja. High Depressive. Okay, jetzt macht er wohl ernst, wie es aussieht. Ha. Ah, ich wollte nicht bei Hamut. Ach, egal. Komm her. Zeig dein nacktes Bein, Ruby-Kante. So, Q-Raga ins Gesicht. Oh, Baby. Das ist Schaden hier. Das ist voll sexy, das Bein. Was ist los? Yes, Baby, Alter. Mega Flare. Was ist jetzt passiert? Kein Mega Flare. Tau ist dead. Oh, he's so dead, man. South and cross, alle tot. Oh, mein Gott. Okay, Axe-Magic. Erased. Oh, mein Gott. What? Das ist Kratos. Ein Kratos-Bein. Oh, meine Fresse, Alter. Vielleicht hat Kratos sein Bein gezockt. Inferno Ball. What? Come on. Come on. X-Magic. X-Magic. Ultima. Scheißegal. Let's. Dooma. Nein, nix Flare. Reincarnate auf... In here. Und Reincarnate auf Ren. Yeah. Galaxy. Come on. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. See my file. Oh, nein, man. Fuck. Melten. Oh, fuck you, Alter. Fuck you, Melten. Oh, what? Okay, schnell, Alter. Reincarnate auf sie. Und du musst Reincarnate auf sie. I must, I must do it. Ich muss es tun. Oh, mein Gott, Alter. Yeah, scheiß auf Mock, Alter. South on Cross, egal. Uff. Level 3 Flare, natürlich. What? Alter. Wetten, ich brauche nur noch zweimal Ultima, dann ist er tot. Inferno Bell. Uah. Ah, ich bin tot. Ja, der Typ ist ein bisschen auf einem anderen Level. Hm. Okay. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Vielen Dank.